Valleska Gerd, gebürtig Gertrud Valleska Samosch, Sternchen 11. Januar 1892 in Berlin, zwischen dem 15. und 18. März, einst 1978 in Kampen, Sylt, war eine deutsche moderne Tänzerin, Schauspielerin und Pantomimin, bzw. alles in einem 2, die auch als Kabarettistin, 3, tätig war. Leben und Werk Anfänge und Zeit der Weimarer Republik Valleska Gerd war das älteste Kind des Berliner Kaufmanns Theodor Samosch und dessen Ehefrau Augusta Rosenthal. Auf Veranlassung der Mutter erhielt sie ab ihrem siebten Lebensjahr Tanzstunden. 1915 – 1916 nahm sie Schauspielunterricht bei Maria Moisy und Alfred Breiderhoff. Sie debütierte im Februar 1916 als Tänzerin. Wenig später erhielt Gerd ein Engagement an den Münchner Kammerspielen. Im Jahr darauf konnte sie bereits große Erfolge als Solotänzerin in Berlin und München verzeichnen. Ihre exzentrischen Tanzpantomimen, in denen sie Sujets wie Boxen, Nervosität, Kupplerin, Politiker, die Söse, Berliner Verkehr und Wochenschau analysierte und deren Vielschichtigkeit als Einheit umsetzte, machten sie schließlich zum skandalumbitterten Starr. So tanzte sie in Canaglia eine Prostituierte inklusive, dem Krampf, Orgasmus, der dann kommt, wie sie es 1976 als 84-Jährige dem Regisseur Volker Schlöndorf in seinem Dokumentarfilm sagte. Gerd entwickelte, wie im modernen Podiumstanz häufig üblich, ihre Tanznummern selbst, nach von ihr selbst gewählten Themen. Ihr für eine Tänzerin unkonventionelles Aussehen nutzte sie, um so unterschiedliche Tanzthemen wie beispielsweise Gruß aus dem Mumienkeller, Spreewälderamme oder Opus 1, Komposition auf ausgeleiertem Klavier in großer Selbstdistanz performativ umzusetzen. Sie realisierte in den 1920er Jahren auch radikalere Tänze wie den Tod. Ein Tanz über die letzten Atemzüge eines Menschen, der beinahe aus Bewegungslosigkeit besteht und in seiner Radikalität einzigartig im modernen Tanz oder der Performance der Zeit war. Auch stellte sie bereits in den 1920er Jahren das junge Medium Film Performativ dar, indem sie in ihren Tänzen Zeitraffer und Zeitlupe nutzte, sowie im Tanz über Berlins modernen Straßenverkehr, Titel, Verkehr, den Filmschnitt selbst tanzte. Ab circa 1926 setzte Gerd ihre Stimme in manchen Nummern und Gestalten ein, später auch Texte. Gerd kreierte zudem eine radikal reduzierte Form des Theaters, nachdem sie im Vorprogramm den zweiten abstrakten Film von Walter Ruttmann uraufgeführt hatte, zeigte sie am 23. April 1923 eine revolutionäre Salome-Inszenierung in der Berliner Tribüne, für die sie den Text von Oscar Wilde stark gekürzt hatte, auf ein Bühnenbild verzichtete und selbst die Hauptrolle zu, dem rhythmischen, brünstigen Geheul einiger Frauen hinter der Bühne, vier, spielte und tanzte. Ihre Anforderungen an zeitgenössischen Tanz, Film und Theater formulierte Gerd in Zeitungsartikeln. Und 1931 forderte sie in ihrem ersten Buch »Mein Weg« eine Geräuschmusik und das Cut-Up-Verfahren »bevor es Tonbänder gab«, sowie eine Vokalmusik, die nur aus Geräuschen des Kehlkopfes besteht. Im Jahr 1925 war sie erstmals in einem Stummfilm zu sehen. In Hans Neumanns Parodie von »Ein Sommernachtstraum« verkörperte sie den Puck. Kurz darauf setzte Georg Wilhelm Papst sie mit großem Gewinn in seinem während der Inflationszeit spielenden Straßenfilm »Die freudlose Gasse«, 1925, ein, in dem sie die Besitzerin eines Modegeschäfts, Nachtclubbetreiberin und Kupplerin gab. Danach sah man sie in »Al Raune« und im deutsch-tschechischen Filmdrama »So ist das Leben«. 1929 kam es erneut zu einer Zusammenarbeit mit Papst. Er engagierte sie für Tagebuch einer Verlorenen. Hier brillierte sie als sadistische Leiterin eines Heims für gefallene Mädchen. Es sind vor allem die Szenen mit Valeska Gerd, die dem Zuschauer im Gedächtnishaften bleiben. Während sie ihre leicht bekleideten Schutzbefohlenen zu Turnübungen animiert, treibt sie sich durch das Schlagen eines Gongs in eine schreckenerregende Ekstase, die in einem veritablen Orgasmus mündet. Einen größeren Bekanntheitsgrad erlangte sie ein Jahr später mit ihrem Auftritt als M.R.S. Pichum in der ebenfalls von Papst in Szene gesetzten Dreigroschenoper. Auch bei den Künstlern jener Zeit erregte sie Aufmerksamkeit. Der Bauhausschüler Vassiliev malte sie 1925 im Tod, Jeanne Mammen verewigte sie 1929 als Cansonette und Charlotte Behrendt-Korinth hielt sie 1920 tanzend in einer Grafikfolge fest. Im Jahr 1932 eröffnete Valleska Gerd in Berlin ihr erstes Kabarett Kohlkopp. Fünf, an diesem Kabarett beteiligt war auch Aribert Wäscher, mit dem Gerd ab circa 1926 rund zehn Jahre lang liiert war. Emigration nach 1933 hatte Gerd, von den Nazis als entartet, diffamiert, in Deutschland außer im Kulturbund deutscher Juden keine Auftrittsmöglichkeiten mehr und hielt sich länger in Frankreich, den USA und vor allem in England auf, kehrte jedoch immer wieder nach Deutschland zurück. In London war sie an dem experimentellen Kurztonfilm Pattenpot beteiligt. Es war für lange Zeit ihr letzter Film. Am 24. April 1936 heiratete sie in London ihren zweiten Ehemann, sechst den Schriftsteller Robin Hay Anderson. Anfang 1939 emigrierte sie in die USA. Hier hatte sie es schwer, in ihrem bisherigen Beruf zu arbeiten. Sie engagierte als Klavierbegleiter für Probeauftritte zeitweilig den 17-jährigen Georg Kreisler, was aber zu keinem Engagement führte. Im Sommer 1940 war Gerd einige Wochen oder Monate lang in Provincetown als Aktmodell tätig. Im Sommer 1941 trat sie mehrfach im Hafenlokal White Whale in Provincetown auf. Ende 1941 eröffnete Gerd im Greenwich Village in New York City die Beggars Bar, ein von ihr selbst gestaltetes künstlerisches Kabarett mit einfacher Bewirtung. Dort traten neben Valeska Gerd selbst unterschiedliche, teils ebenfalls eingewanderte Künstler auf U. A. Khadija Wedekind mit Rezitationen der Gedichte ihres Vaters Frank Wedekind. Einer ihrer Kellner war der später als Dramatiker weltberühmt gewordene Tennessee Williams, der hier auch eigene Gedichte vortrug. Sieben, an der Garderobe arbeitete die später durch das Living Theater berühmte Judith Malina. Zeitweise galt die Beggars Bar als besonderer Tipp und wurde von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten besucht. In Gerds Lokal galt zudem keine Rassentrennung. Im Frühling 1945 musste Gerd ihr Kabarett wegen behördlicher Auflagen schließen. In Provincetown, Massachusetts, eröffnete Gerd 1946 für einen Sommer das Kabarett Valeskas. Rückkehr 1947 kehrte Gerd nach Europa zurück. Nach Zwischenaufenthalten in Paris und Zürich, wo sie das Kabarett Café Valeska und ihr Küchenpersonal eröffnete, reiste Gerd 1949 in das unter Plakade stehende Berlin, wo sie zunächst das Kabarett bei Valeska und im Folgejahr das Kabarett Hexenküche eröffnete, für die sie den jungen Klaus Kinski engagierte. Sie selbst spielte in der Hexenküche die für ihre Grausamkeit berüchtigte KZ-Kommandeuse Ilse Koch, die 1949 zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Im Jahr 1951 erfolgte die Eröffnung des Nachtlokals, Ziegenstall, in Kampen auf der Nordseeinsel Sylt. In der mit Heu dekorierten Bar sorgten wieder die Kellner, acht, nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für die Unterhaltung der Gäste. Valeska Gerd trat hier jedoch nicht selbst auf. Im Jahr 1965 engagierte sie der italienische Filmregisseur Federico Fellini für den Film Giulia und die Geister, in dem sie, mit einer weißen Perücke versehen, die Rolle eines Faktotums übernahm. Am 28. Juni 1970 erhielt sie das Filmband in Gold für ihr langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Im Jahr 1973 wirkte sie in R. W. Fassbinders TV-Serie Acht Stunden sind kein Tag mit und 1976 war sie in Volker Schlöndorfs Der Fangschuss als Tante Praskovia zu sehen. Schlöndorff drehte anschließend die Dokumentation nur zum Spaß, nur zum Spiel, in der Gerd über ihr Leben erzählt und einige Tänze und Performances wie die KZ-Kommandeuse Ilse Koch vorführt. Auch gibt sie eine Kostprobe ihrer Vokalmusik mit dem Kummerlied, welches nur aus Jammern, Wimmern und Heulen besteht. 1978 engagierte sie Werner Herzog, in seiner Neuverfilmung des Murnau-Klassikers Nosferatu den Häusermakler Nock zu spielen. Am 1. März unterzeichnete sie den Vertrag, doch starb sie vor Beginn der Dreharbeiten. Am 18. März 1978 machten sich Nachbarn und Bekannte Sorgen, weil Valeska Gerd seit vier Tagen nicht mehr gesehen worden war. Als die Haustür in Gegenwart der Polizei gewaltsam geöffnet wurde, war Gerd bereits tot. Vermutlich starb sie am 16. März 1978. Valeska Gerd wurde in ihrer Geburts- und Lieblingsstadt Berlin beerdigt, wo sie auch nach ihrer Remigration noch lange Zeit, parallel zu Sylt, eine Wohnung hatte. Sie wurde auf dem Friedhof Ruhleben, am Hain, in, West, Berlin nicht wunschgemäß, in einem knallroten Sarg, bestattet, deshalb war der Sarg mit einem roten Tuch bedeckt. Der schwarze Grabstein trägt ihren Namen als Autogramm in pink. Die Grabstelle befindet sich im Feld XVI 175. Ihr Nachlass gelangte durch ihren Biografen an das Archiv der Akademie der Künste Berlin. Bemerkenswerte Dokumente besitzen auch die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln und das Deutsche Tanzarchiv Köln. Valeska Gerd ist ein Stern auf dem Walk of Fame des Kabaretts gewidmet. Die, IE-expressiven Grotesk-Tanzpantomimen und Suggestiven, mit Körpereinsatz vorgetragenen Chansons und Gedichte des Mädchens aus dem Mumienkeller gehören zum ungewöhnlichsten, was auf der Kabarettbühne je zu sehen gewesen ist. 5. Im Berliner Stadtteil Friedrichshain ist eine Straße nach ihr benannt. 9. Am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin besteht seit 2006 eine Valeska Gerdgastprofessur für Tanz und Performance. 10. Aber sie tanzte nicht nur für das Theaterpublikum, sondern auch für Fotografinnen und Fotografen wie Lilli Baruch, Suse By K., Lotte Jakobi, Erna Lentwer-I Dirksen, Ellie Markus, Otto Umber und Man Ray. Werkverzeichnis Ein vorläufiges Verzeichnis ihrer bisher durch Programmzettel und oder Kritiken nachweisbaren Tänze bis 1933 befindet sich auf den Webseiten des Deutschen Tanzarchivs Köln. 11. Fred Hildenbrand beschreibt darüber hinaus die Tänze Geburt und Liebe. 12. In seinem Buch sind außerdem vier Fotos mit sonst bisher nicht als Tänze nachweisbaren Namen untertitelt. Trauer I, Trauer II, Pause und vergnügte Verzweiflung. Hiervon ist zumindest Pause, 13, nachweislich kein eigenständiger Tanz, sondern ein Moment in dem Tanz Kanalie. 14. Die von Hildenbrand nicht erwähnten Regimentskommandeuse, 15, und Baby, 16, sind bisher nicht als bis 1933 aufgeführt nachweisbar. 17. Für den Zeitraum der Weimarer Republik erwähnt das Buch Bretter, die die Zeit bedeuten, 18, zusätzlich folgende Tanzpantomimen und Tontänze, 19, Pianist Alte Jungfer Die mondäne Heuchlerin Eine Sonderstellung nimmt Professor Blitz ein. Dies ist eine utopisch-fantastische Erzählung von Valeska Gerdt aus den 1920er-Jahren, angelegt als Drehbuch, erstmals publiziert im Buch von Fred Hildenbrandt, 1928, die sie in Deutschland und in den USA vortrug und mimte. 20, weitere, Nummern, wie Valeska Gerdt ihre Gestaltungen zwischen Tanz, Pantomime und Schauspiel selbst nannte, entstanden von 1940 bis 1946 in den Vereinigten Staaten, in Provincetown und in der Baggerbar in New York. 21, Töchter der Revolution Die Wasserscheue Die Nachtclub-Sängerin Kony Island, 22, Karina Niehoff beschreibt in ihrem Text Achte auf den Minotaurus. Über Valeska Gerdt, 1948, 23, zwei Nummern, die Steuermörderseele nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, darunter am bekanntesten. 24 Ballerinnerungen einer Aristokratin Die KZ-Kommandeuse Ilse Koch Das Manneking von Grineisen in Ich bin eine Hexe erwähnt Valeska Gerdt für Auftritte in den 1950er-Jahren zudem folgende Nummern, die ebenso wie Ilse Koch teils als Gedichte im Buch abgedruckt sind. Der Remigrant der Jubler Die Ratte Schlummer lied im Jahr 5000 nach der Atomkatastrophe Auszeichnungen 1970. Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film.